Jenseits der Regenbogenbrücke findest du Asgard, die Heimat der Götter. Deine Existenz ist mir fremd. Es geht los. Haha, jetzt willst du Ärger. Lass uns anfangen. Drei, zwei, eins. Initiieren Nahkampfmodus. Geh mal mit der Ruhe. Lass noch was sein. Alles klar, ihr Hüß. Deine Verteidigung ist sinnlos. Das hat eine Branche der Bewegung abgestimmt. »Stattung!« »Beihe!« »Stattung!« »Das ist noch, das Schuss zu sein.« »Mein Ziel ist es, das Böse wie dicht zu wissen.« Bonusmütze ausgeliefert. Kosmischer Würfel im Spiel. Ich wünsche es dir. Bei mir ist mir keine logische Wahl. Ich brauche jemanden auszahlen. Feindlich wegetan. Bedroh mich nicht, feindlicher Organismus. Bonusmütze nähert sich. Iniziere Nahkampf-Modus. Aktiviere Feindanbindung. Hast du da nicht etwas überreagiert? Ich wurde für den Kampf erschaffen. Bonusmütze von I am Patriot. Ich kämpfe niemals gegen einen Champion. Sönderlieferung! Deine Verteidigung ist sinnlos. Diesen Angriff verzeihe ich dir nicht. Und wieder gebührt mir der Erfolg. Deine Handlungen werden ernste Konsequenzen haben. Bonusmütze ausgeliefert. Bonusmütze des obersten Zauberers im Spiel. Deine Bemühungen sind umsonst. Hat nichts mehr getan. Deine Bemühungen sind umsonst. Vision besiegt. Solange du gegen mich kämpfst, wird das Ergebnis immer so ausfallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017